Ja und heute herzlich willkommen zum neuen Spiel Tour de France 2016. Natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist mein lieber Freund, der gute alte Depay, Terror LP, Don Pablo, alles am Start. Ja, ich bin sehr glücklich. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht, beziehungsweise schon eine Stunde nach Mitternacht. Wir haben das neue Tour de France Spiel 2016 uns jetzt schon ergattern können im Xbox-Tour. So geil! Alles legal, Freunde. Ja, es freut mich, dass wir uns hier und zwar wieder zusammentreffen konnten für das neue Tour-Spiel. So ist es. Und ja, erzähl doch einfach gerade mal, während ich hier das Team auswähle, wie wir das Ganze gestalten werden und wie wir die ganze Sache ist. Genau. Also, wir werden als allererstes eine Tour de France zusammenfahren. Nicht im Coop-Modus, sondern im Singleplayer-Modus. Werden uns da wahrscheinlich immer abwechseln mit der Steuerung, wie wir halt lustig sind. Und werden das Team, wie du schon ausgewählt hast, Tinkoff nehmen und versuchen mit Alberto Contador die Tour zu gewinnen. Wie ihr uns beide kennt, nehmen wir natürlich nicht den besten Fahrer. Ja, ne? Was? Ne, ne, man kann, das ist glaube ich neu, man kann die Zusammensetzung des Teams ändern. Ach so. Okay, das ist tatsächlich neu. Äh, ich will jetzt mal gerade schauen, was ist jetzt, wenn ich A zurückgehe. Ah! Dann kannst du tatsächlich andere Leute mitnehmen. Also, das ist tatsächlich schon mal die ersten Neuerungen. Ich erkläre gerade nochmal weiter, während du das machst. Ganz kurz noch, hättest du irgendeine Empfehlung, wenn ich hier mitnehmen könnte? Äh, zeig mal erstmal, was wir jetzt haben bis jetzt. Also, Contador, Kreuzinger, Watchers, Maika ist schon mal gut, Kieselowski ist nicht schlecht. Ja, gucken wir mal, wie wir noch haben. Aber eigentlich ist die Mannschaft schon sehr, sehr gut. Ah, ich weiß nicht. Ne, ne? Ja, eigentlich ist die Mannschaft schon sehr, sehr gut so. Dann würde ich sagen. Genau. Ja, also wir starten eine Tour, wollen natürlich in allererster Linie das gelbe Trikot erobern in diesem Singleplayer-Respect. Und wenn dieses Display fertig ist, wollten wir noch ein zweites starten, in dem wir dann gegeneinander fahren wahrscheinlich. Und ja, mal gucken, was das wird. Das wird dann wahrscheinlich auch mit Facetime, ne, haben wir uns gedacht. So ist es. Aber jetzt starten wir erstmal hier rein. In Mont Saint-Michel-Utah-Beach. So ist es. Und damit die erste Etappe. Ähm, ziemlich flach, ne? Wie sehen wir das mal in? Baylay an. Also, 191 Kilometer, flach. Ist was für Peter Sagan, oder? Schätze, ja. Favoriten sind hier Christoph Degenkolb und Marcel Kittel. Wer hätte es gedacht? All die Namen habe ich natürlich, einige Namen haben wieder falsch geschrieben, wie man es so kennt vom Spiel. Was ist denn Vorspulen? Ach, das ist Teamfunk. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, ich bin gerade noch hier so ein bisschen, weil es ist jetzt die erste Aufnahme und auch das erste Mal, dass wir überhaupt ins Rennen gehen. Also es ist wirklich sozusagen blind. Wir haben es auch noch gar nicht getestet, ne? Ne, wir haben es überhaupt nicht getestet, gar nicht. Aber die Steuerung sieht so aus wie beim 2015er. Was ist denn Leistungssteuerung? Wo steht das? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ja gut, das ist ja jetzt eh die erste Etappe, da können wir uns testen. Wow. Und ähm... Suchst du das eigentlich schon Fahrer auswählen, oder kommt es jetzt erst noch? Ich hoffe, es kommt gleich. Ich glaube, es kommt seit dem 15er, kommt es immer nach dem Laden, ja. Ah ja, jetzt. Finden Sie die Etappe als einer der ersten fünf Fahrer, ja, benachte ich als 20, ja, was haben wir denn? Ja, ich würde sagen, äh... Peter Saga natürlich ein Topmann, also man muss echt sagen, schlecht ist der Wert, 71. Der ist einfach nur krank. Aber würde ich sagen, geht's doch los. Rühmacht. Yeah, der von Dimension Data sofort cool. Ey, geil, du hast sogar das Weltmeister-Trikot an. Richtig gut. Und grafisch, finde ich, hat das Spiel nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, oder? Ja. Aber ich finde, das sieht geil aus als vor einem Jahr. Ja, auf jeden Fall. Gut, also damit der Start in die Tour de France 2015. Und ich glaube, unsere ganze Mannschaft fährt gerade nach vorne jetzt. Ich weiß es nicht. Naja. Wir schauen mal, was das Ganze hier gibt. Puzo Vivo auch mit dem Start. Igor Anton auch mit dem Start, habe ich schon gesehen. Sanchez ist ebenfalls dabei. Ich glaube, den habe ich falsch geschrieben. Ich glaube, ich habe Sanchez geschrieben. Contador haben wir da auch. An der Spitze des Pilotons kommt neben in die Bude. Und was mir jetzt schon auffällt, wenn ich mich nicht täusche, ist, sie haben sich tatsächlich die Mühe gemacht. Und die, wie sie es beim Procycle Manager so schön nennt, die Anistrophorie haben sie eingebaut. Also die Fahrer haben unterschiedliche Staturen, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Guck mal, ich glaube, so ein Tony Martin da links von dir ist zum Beispiel breiter gebaut als ein Raffalmeiker oder sowas. Was ich mich gerade frage, wie gehe ich noch aufs große Blatt? Nicht mit der LB. Die Ausreißer vergrößern den Vorsprung, aber keiner von ihnen ist gefährlich. Ja, weil normalerweise ist es immer umgeschwungen, ne? Ja, das wurde uns auch angezeigt. Aber es sieht zumindest so aus. So, jetzt gibt es die ersten Attacken bei dieser Tour. Serge Pauls probiert es von Dimension Data. Ja, die haben von der Grafik, also muss man sagen, haben die echt zugelegt. Auch die Animation von den Zuschauern, falls du es gerade gesehen hast, sieht nochmal geil aus. Also echt cool. Ja, gut, das muss scheinbar sein. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht bis jetzt. Das sieht sehr nice aus, also muss ich echt sagen. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie es mit dem Sprint ist. Letztes Jahr war es ultimativ schwer. Ja, viel schwerer als beim Procycle Manager, muss man sagen. Aber den Vergleich, den müsst ihr euch wahrscheinlich im Let's Play noch öfter anhören, weil das halt die beiden Spiele sind, die Hand in Hand gehen. Wobei halt die Grafik beim Procycle Manager allgemein, glaube ich, ein bisschen anders ist. Ja, natürlich. Was kann man denn hier... Ah, hier kann man alles ausblenden, okay. Auch cool. Ich schau mal gerade, ob man hier irgendwie... Wie kam man noch mal auf den Teampunkt mit RB? Nee, mit Kreis, oder? Oder wie war das nochmal? Ja, tatsächlich. Hält jetzt sogar das Spiel an, okay. Lass nicht zusammenarbeiten, nur die Anführer schützen. Ach so, da kann man denen wieder sagen, was die machen sollen. Hast du jetzt auch ein bisschen verändert, nicht mehr dieses Kreis-Menü, wie beim letzten. Die letzten übrigens haben wir ja nicht gezeigt, leider Gottes auf dem Kanal, weil... Hat nicht so geklappt, aber wir haben ihn mittlerweile auch mal gespielt, also... Ja, war auch ganz cool. Wobei der von der Grafik her echt viele Bugs hatte, ne? Ja. Hat ziemlich oft gelackt, vor allem bei meinem Coop gespielt hat. Ich schau jetzt mal an, wie flüssig das hier läuft. Trotz so vieler Zuschauer, die alle eine Animation haben und so weiter. Also das sieht schon wesentlich besser aus. Gut, du bist jetzt ziemlich weit vorne im Feld, aber... Wir werden sicher... Boah, Alter, die Sonneneffekte. Fast schon ein bisschen too much, aber schön. Ja, ich finde es echt so cool aus. Ja. Ja, wahrscheinlich genau, das kann man ja wie immer machen mit den Pfeiltasten da oben links. Genau. Guck mal, der Reza da links ist jetzt auch schwarz. Das haben sich jetzt auch mal die Mühe gemacht, weil er ist auch echt schwarz. Immerhin. Wenn schon nicht die richtigen Gesichter der Fahrer. Ja, vielleicht kommt es ja auch noch irgendwann rein. Also ich würde es gut finden, zumindest mal bei den Sammer jetzt noch da. Ja, auch so die Fahrstile könnte man mal versuchen nachzuahmen, weil Froome fährt ja doch ganz anders als Contador zum Beispiel. Boah, Alter, was ist denn hier gerade für ein Tempo, ey? Ja. Gerade ein bisschen am chillen. Ja, wie werden wir das Ganze angehen? Wir haben uns jetzt mal vorgenommen für Single Player Let's Play, dass wir die Etappen komplett fahren. So sieht es aus. War der Plan. Also das ist schon mal mutig. Ja. Das wird viel. Aber muss ja nichts heißen. Ich meine 2013, ich erinnere mich, da haben wir es auch sehr gut hinbekommen. Haben viel dumm geschwätzt. Ja, hatten wir das eigentlich beim Einzelplayer gemacht? Hatten wir da einfach nur so einer geredet oder haben beide geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben 2013 den Einzelplayer, da haben beide geredet. So viel es ging. Wir haben da einfach nur die ganze irgendeine Scheiße gelabert. Aber könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, aber es ist echt schlecht, muss ich sagen. Von der Qualität, ne? Auch von der Quali. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Diesmal haben wir auch. Eigentlich vom Equipment müsste es schon sein. Ja. Diesmal können wir es auch komplett über die Elgato aufnehmen und nicht erst dann... Wir haben es doch dann über die Kamera am Ende gemacht, ne? Wir haben es über die Kamera gemacht, dann wollten wir auch das Rock zu Game Capture umschalten, was nicht so funktioniert hat. Und deshalb haben wir das Projekt dann auch beendet damals, also abgebrochen. Leider Gottes. Ja, wirklich. Also es könnte dieses Jahr das erste Mal sein, dass wir es beenden können, glaube ich. Ja, wollen wir hoffen. Ähm, wir haben jetzt 170 Kilometer. So ist es. Die Ausrasegruppe hat viereinhalb Minuten schon auf uns. Und bei den Führenden ist er der schnellste Sprinter. So ist es. Ich will mal ganz kurz nochmal testen. Ja, so geht man aufs großen Platz. Genau. Okay. So, die Mannschaften Lotto, Sudal und FD Jeu machen das Tempo für ihre Sprinter. André Greipel bei Lotto, Sudal und FD Jeu wird wahrscheinlich auf Anno de Mar setzen, der dieses Jahr Mayans und Remo gewonnen hat. Und guck mal, Reza trinkt sogar. Ich glaube, die Animation ist auch neu. Über was man sich hier alles freuen kann, ja. Aber was ich immer noch ein bisschen doof finde, im Gegensatz zum Procycling Manager, dass man da keinen Getränke holen schicken muss. Ja, das stimmt. Also das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Ja. Bis jetzt bei allen Teilen, weil Getränke holen gehört einfach im Radsport dazu. Das ist ein wichtiger Teil, ja. Ja, und dann können wir einfach, weißt du, hier in das Menü gehen und sagen, was das ist. Roger ist. Hol mal für alle Getränke und dann kommt der vorgefahren und... Naja. Ja, gut. Aber man kann nicht ansonsten... So ist es. Aber man muss auch sagen, das ist ja auch noch eine relativ neue Spielreihe, ja. Ja, es gibt seit drei Jahren. Drei... Ja, ich glaube, es ist erst mal 2011 oder jetzt auch schon fünf Jahre. Ich glaube, 2011 war das erste Mal. Also seit fünf Jahren wäre es dann. Doch, doch. Ja, dann gibt es halt ja. Aber es ist auch noch recht frisch im Vergleich zum Manager-Spiel, dass es jetzt schon seit, boah, zwölf Jahren oder sowas gibt. Also die gibt es jetzt schon richtig lange, wenn nicht sogar 15 Jahre schon. Also es gibt es schon viel länger, vor allem es ist halt auch mal, es ist ein ganz anderes Spielsystem, was von Procycle Manager setzt. Weil es halt viel mehr Action ist, du bist viel mehr im Spiel drin, weil du halt einen Fahrer direkt lenken kannst und so weiter. Weil Procycle Manager beschränkt es halt doch sehr auf die Taktik und so. Und ich finde, dafür machen wir es echt sehr gut, weil ich glaube, das Entwicklerstudio hat auch kein anderes Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Doch, die haben viele Spiele. Ja. Ja, die haben einige Spiele. Auch Rugby, glaube ich, ist auch gern nieder. Ja. Die haben ein paar Spiele. Aber diese Rugby-Spiele sind auch mal. Die gibt es auch noch nicht. Okay, ich weiß es gar nicht. Aber die Rugby-Spiele gibt es, glaube ich, seit 2012. Aber ich will natürlich nicht. Okay. Das kann sein. Ja gut. Geh mal auf die Tour ein. Was sind unsere Ziele? Ich denke mal, dass es liegt auf der Hand mit Tinkoff, Sachs, so heißen sie ja nicht mehr, noch Tinkoff, die Tour gewinnen mit Contador. Sollte unser Ziel sein. Ja gut, Fleisch mit dem Sagan da das grüne Trikot holen. Ja, wenn es dann klappt, wird natürlich schwer. Ja, Sprints in allgemein schwer. Also bis jetzt waren die Sprints, fand ich, schwerer als die Gesamtheitung zu holen, auch wenn wir es nie geschafft haben. Aber ja, das wollte ich gerade sagen. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Wir haben es bis jetzt noch nie geschafft, die Tour zu gewinnen. Auch nicht in unseren Privat-Sessions. Weil wir haben 2011 mal, das war, als das Spiel rauskam, hatten wir Tuddle France mit Euskal Telch. Ich wette, du kannst dich noch erinnern. Ja, ja klar. Da sind wir mit Samuel Sanchez Zweiter geworden mit nur zwei Sekunden Rückstand, wenn ich mich richtig erinnere, auf Cattle Evans damals. Also das war schon sehr, sehr bitter. War aber auch unser bestes Resultat, ne? Ja, das stimmt, das ist aber auch wirklich nicht einfach. Vor allem, das Ding ist halt auch, wir spielen halt meistens nie mit Contador, oder wir spielen auch meistens nie mit Froome oder mit Quintana. Ja. Wir spielen meistens dann doch mit jemandem, der irgendwie... Chancen hat, aber jetzt keine Favorites. Ja, Samuel Sanchez ist es halt auch fünf Spielstärken schwächer insgesamt jetzt vielleicht als ein Froome. Ja. War natürlich ein ganz anderes, ganz anderes Ding. Also vergleichbar vielleicht mit, ja, vielleicht so ein bisschen mit Valverde ungefähr. Ja, Sanchez und Valverde ist für mich so ziemlich eine Reihe. Ja. Also das war schon ziemlich, ziemlich krass. Aber gut, jetzt sind wir hier mit Tinkoff. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen können. Also von den Werten her ist Froome besser. Quintana ist halt auch. Valverde vielleicht. Und ich glaube, Nibali, Valverde und Contador sind so ziemlich auf einer Länge. Glaube ich. Aber ansonsten gibt es nur zweifache, und die sind um einen Punkt, glaube ich, besser insgesamt. Ja, genau. Also eigentlich, also Chancen sollten wir haben, Möglichkeit besteht, wird zwar trotzdem scheißschwer, vor allem gegen Quintana und Froome, aber auch gegen Nibali und Valverde müssen wir uns erstmal durchsetzen. Das ist auch nicht so einfach, wie es scheint. So ist es. Also gerade auch Valverde am Hügel sehr, sehr stark. Nibali in den Abfahrten, einfach ein Gott für sich, muss man sagen. Das wird eine schwierige Aufgabe werden. Aber wir haben auch eine gar nicht schlechte Mannschaft, muss man auch sagen. Ja, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir haben ja, wir können ja mal ganz kurz hier einen Schlenderer machen. Also Contador sollte eigentlich jedem bekannt sein. Ja. Sagan, mittlerweile eigentlich auch hier im Bekanntsein, Maika ist ein sehr, sehr guter Helfer am Berg. Ja. Das ist ein super Bergfahrer, Robert Kreuz... Was ist das Robert? Roman, genau. Kreuzinger ist auch ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Ja, Rogers... Ja. Ist am Berg auch nicht übel. Nicht schlecht, aber jetzt nicht so gut wie Kreuzinger und Maika. Ja, natürlich nicht. Und Benati sind Sprinter. So ist es. Sagan ist eigentlich schon alles Könner, jetzt außer Berg. Allrounder, ja. Wottner ist ein Zeitfahrer, soweit ich weiß, im Flachen ganz gut. Kiesalowski und Trofimov sind auch am Berg und am Hügel nicht übel. Also vor allen Dingen in den Bergen haben wir echt eine sehr, sehr starke Mannschaft. Aber man muss halt auch sagen, das ist bei den anderen Teams nicht viel anders. Ja, vor allem beim Team Sky. Sky hat sehr viele gute, auch Astana mit Aru noch im Hintergrund. Movistar hat auch ein sehr, sehr gutes Team. Alleine Valverde und Quintana. Da hast du schon, ja. Also da sind schon einige Konkurrenten dabei. Und ich denke auch, das sind so die Favoriten Teams und die Favoriten Fahrer, die man hier halt so hat. Also ich denke mal Astana. Ja, Sky. Saxo Bank. Nee, Tinkoff. Tinkoff, genau. Und Movistar, genau. Also das sind so die vier großen Teams. Alles andere wählen, glaube ich, echt eine super große Überraschung. Aber man weiß ja nicht, also wie viele Überraschungen bin ich natürlich immer zu haben. Und leider jetzt in den Let's Play. Nicht? Weil da wäre es schon ganz schön, wenn Konter da dann seinen dritten, vierten, ich weiß gar nicht. Aber ich würde es auch extrem fein, wenn wir es endlich mal schaffen würden. Ja. Das ist echt unheimlich schwer. Ach so, was man sagen muss noch. Ja, es gibt ja Amateur, Profi und Champion Modus. Richtig, es gibt jetzt verschiedene Schwierigkeitsgrade, ja. Wir spielen auf Profi. Also so ein Mittelding. Champions for the Let's Play wollen wir jetzt mal nicht machen. Ja. Können wir eigentlich mal für uns so als Übertriebener-Rausforderung nehmen. Mal schauen. Genau. Serge Fouls hat gerade die Bergwaltung gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wer die erste gewonnen hat. Keine Ahnung. Weil ich jetzt nicht aufgepasst. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwie sehen können, ne? Ja gut, wir werden es dann hinter der Etappe sehen, wer das Bergwaltung hat. Zwei Bergwaltung gab es heute. Da guck mal, weiß es nicht, man hat, guck mal, da steht Steuerung, ne? Und da kann ich RB drücken und LB. Ja. Guck, das kann ich da rausnehmen, weißt du? Wie ist das Gelbe? Ja, stimmt. Aber was ist das? Keine Ahnung. Ja, das ist echt eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Naja, wir werden es vielleicht noch erfahren. Das soll ich aber schon testen, ne? Ja. Weil... Ja gut, aber im Prinzip ist ja alles ansonsten gleich, oder? Mit R2 gibt es Gas. Ja, das ist klar, mit R2-Fremsig. Mit A kannst du angreifen, oder was das war? Da bin ich jetzt auf dem großen oder kleinen? Ich würde sagen, auch im großen Blatt, mit 65 kmh. Das geht auch weg ab, ne? Also, ja, aber... Ich weiß es nicht genau. Gibt auch eine neue Animation, wenn du so angreifst, wie gerade. Also, da sich so auf den Lenker lehnt, ist auch wieder neu. Also, wir haben schon einiges am Spiel gemacht, muss man sagen. Finde ich cool. Und links, der schöne Blick aufs Meer. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich ja auch im großen, oder? Würde ich sagen, das sieht zumindest sehr so aus. Ja, aber man muss es hier so einstellen, dass man halt... Das kann natürlich auch sein. Das ist automatisch haltet, meinst du? Ja, dass man halt, weil wir mit RB... Was für den Tigersprung, sag mal. Wo? Standardgard. Echt? Ja. Geil. Was ist denn das? Das gibt es im Sprint oft, wenn man den Lenker nochmal so nach vorne schiebt. Das kann man scheinbar auch machen. Das ist ja richtig fett. Aber kennen wir vielleicht von Sprints. Schade, ich dachte, das wäre diese... Wenn der Saga ein Rennen gewinnt. Ja, ja. Da macht er aber so ein... Nee. Das wäre auch cool, ja. Nee, ich glaube, man muss dann einfach... Kann man dann hier so irgendwie einstellen, dass man halt mehr Gas gibt irgendwie als Spiel. Okay. Aber ich... Ja. Ich auch nicht. Na gut, wir werden es erfahren vielleicht noch. Hoffentlich. Mal gucken, vielleicht würde uns das so lustig sein. Vielleicht ist es halt auch mal sinnvoll, wenn man halt wirklich mal so ein totales... Ja, können wir zwischendrin auch mal machen, wenn wir lustig sind. Ja, können wir eigentlich nach dem Teil mal kurz machen. Ja, einfach auch, um das auch mal gemacht zu haben. Werden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen. Nee. Sondern einfach... Einfach für uns. Ja, mal gucken. 143 Kilometer sind es noch. Die Ausweiser haben 8 Minuten 53 Vorsprung. Boah, klingt natürlich viel, ist es aber gar nicht. Wissen wir ja mittlerweile schon. Ja, das geht schnell. Also jetzt ist das Tempo ja auch noch relativ locker. Wobei, jetzt mittlerweile ist es schon schneller. Vorher sind wir die ganze Zeit mit 28 rumgeheiert. Ja. Also sind wir schon mittlerweile bei 7 KMH. So ist es. Aber ich glaube, die haben auch gesagt, dass irgendein Team Verfolgung aufnimmt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und jetzt auch zu sehen, dass Niki Terpstra da vor dir rumfährt. Das ist ein Teamkollege von Marcel Kittel. Also der spannt jetzt auch so langsam seine Mannschaft vorne ein. Aber es ist echt noch ein bisschen früh. Es sind noch 140 Kilometer. Ja, aber die werden jetzt auch nicht Vollgas geben. Nein, klar. Die werden halt schauen, dass so die Ausweiser so ein bisschen an der langen Leine lassen. Und dann irgendwann... Ich denke aber, dass es heute auf jeden Fall einen Sprint-Sieg geben wird. Da ist Profil einfach perfekt dafür. Und am ersten Tag sind ja auch noch alles sehr, sehr frisch und motiviert. Also ganz klar, der Siegfee der Sagan ist natürlich selbstverständlich, Freunde. So ist es. Mehr wird von dir auch nicht erwartet, aber auch nicht weniger. Ja, so ist es. Ist doch überhaupt der Problem für mich, dass du reißen kannst. Natürlich. Ich habe mir in letzter Zeit wieder den ganzen... Sorry, Florian, ein wenig angeübt und angeeignet. Das hat uns schon das eine oder andere mal rausgehört. Also ich zumindest. Ja, ja. Hier im Let's Play natürlich nicht. Heute ist übrigens der... Ja, Mann! 16. Juni. Wer hätte es gedacht? Stillversuch auf der Wand gerade. So ist es. Muss auch manchmal sein. Sein Team hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Ganz klar, er will einen Ziersprint herbeiführen. Ja, also hier nochmal vom sportlichen Leiter die Tipps, die wir eh schon wissen. Als Radsportkenner, dass Lotto Sudal natürlich für André Greipel arbeitet. Der letztes Jahr, glaube ich, bei der Tour vier Etappen gewinnen konnte, wenn ich mich nicht täusche. Also ein richtig guter Sprinter ist auch dieses Jahr beim Giro wieder erfolgreich gewesen. Mit zwei Tappen siegen, wenn ich mich nicht täusche. Und du bist hier höchst konzentriert. Ich merke das schon. Nee, hier konzentriert mich. Ich bin gerade nur am... Immer noch, weil das Ding ist, wenn ich Vollgas tue, ne? Dann geht es unbedingt hoch. Aber wenn ich jetzt den B-Tür, dann schaltet der runter. Weißt du? Ja. Damit du nicht unnötig Energie verbrauchst. Vielleicht ist es einfach so eine Alternative dazu. Ja, wie soll ich das große Platz schalten? Das macht mich ganz kirch. Ich glaube, der schaltet automatisch, habe ich das Gefühl. Oder? Warte mal. Gibt es keine Störung? Nee, scheinbar nicht. Handbuch haben wir jetzt keins? Blöderweise? Was war gemacht? Ich habe Hilfe gedrückt. Na ja, egal. Ah, so. Ja gut, falls jetzt die Etappe verkackt wird. Ja, aber ich denke nicht, dass es was Wichtiges ist. Ich glaube einfach, dass das hier irgendwie eine Alternative ist zum R2-Drücken oder so. Dass du es da so ein bisschen feiner machen kannst, weißt du? Ja. Ich muss nur, dass es halt nur, dass ich mich nicht aufs Blatt schalten kann, weil das glaube ich jetzt immer. Aber ich glaube, es macht der automatisch, ehrlich gesagt. Da bin ich ziemlich sicher. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber wir werden es... Also wenn man der Animation Glauben schenken darf, bist du gerade auch im Kleinen. Das wird auch zur Geschwindigkeit und so passen. Du trittst recht schnell. Keine Ahnung, also... Ja gut, wir werden es erfahren. Wir werden es sehen, ja. Wir können es erfahren. So ist es. Erzähl doch mal, was ist denn dir heute so alles passiert? Ich meine, wenn wir schon bei 130 Kilometern sind, da können wir auch wieder den guten alten Flow auspacken und irgendeine Scheiße reinreden. Natürlich. Oder hast du dir jetzt was anderes vorgestellt? Ich weiß es nicht. Nö, nicht wirklich. Also... Ja, wir müssen sagen, heute war wieder mal so ein schöner, lässlicher Aufnahmetag und Render-Tag vor allen Dingen. Also viele Folgen pro Psyche-Magic gerendert. Muss natürlich auch sein. Und Minecraft aufgenommen, ja. Ist natürlich auch wichtig, ne? Und richtig. Ja klar. Muss ja sein. Das hat der Verspackung. Egal. Also hast du heute... Der Reza ist auch die ganze Zeit vorne am Rennen, ne? Also hast du heute eigentlich im Prinzip nichts gemacht, außer aufgestanden, zu fressen. Fußballspielen war ich noch. Fußballspielen war ich noch, ja. Ja, Fußballspielen war der feine Herr, da war es nicht zu fein, ja? Nee. Während in den Let's Plays dann doch mal einen reinzuhauen. So ist es. Ähm... Und nach dem Spiel gucken war ich natürlich. Aber das war ja wenig erfolgreich, wir haben es dann über den Xbox-Store gekauft. Ja, echt ein Griff ins Klo. Ja. Ja, ich finde es halt irgendwie... Ja gut, ich kann es teilweise verstehen, dass das Spiel relativ unbekannt ist. Nur irgendwie halt, ja, die Tour de France kennt jeder. Ja. Ob es jeder die Lust hat, es nachzuspielen, ja. Aber ich kann es echt jedem nur empfehlen, auch wenn man jetzt nicht so der Radsport-Fan ist. Aber es macht Laune. Ja, es macht echt Spaß. Vor allem, es kommen einfach jedes Jahr neue Modis dazu, wie jetzt zum Beispiel, letztes Jahr dieses Abfahrts-Ding dazu kam. Ja, und das Profi-Team ja auch. Dass man da Herausforderungen machen kann, also eine Abfahrt fahren kann. Das kann man jetzt auch online gegen andere machen. Ja. Ähm... Ja, Profi-Team, also es war eigentlich wie so ein Beer-Pro-Team. Da hast du einfach ein Scheiß-Team am Anfang, oder ein unbekanntes. Und je nachdem, wie du die Rennen einfährst, umso mehr Geld du hast, umso mehr Fahrer oder umso bessere Fahrer kannst du verpflichten. Genau. Also auch ziemlich cool, der Modus. Also, muss man sagen. Ja, muss man sagen. Das ist schon jedes Jahr ein bisschen. Und mittlerweile kann man nicht nur die Tour fahren. Mittlerweile gibt es noch, was ist da noch dabei? Das Dauphin-Libaré kann man fahren. Dieses Vorbereitungsrennen auf die Tour. Und das Quartarium International kann man mittlerweile auch fahren. Drei-Tages-Rennen, das, glaube ich, immer im März oder so stattfindet. Und jetzt gibt es nochmal drei neue freischaltbare Dinge. Das gab es ja vorher nicht. Also man kann sich die Tour de France 2015 freischalten. Das heißt, wenn man sich die freischaltet, schlagt ihr eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ganz ehrlich, langsam sollte das Spiel vielleicht mal auf uns aufmerksam werden und uns eine Produktplatzierung geben. Ohne Scheiß. Ihr könnt die Tour de France 2015 freischalten. Das heißt, ihr könnt die Tour de France 2015 fahren und die 16er. Und dann waren da noch zwei Rennen, die es gegeben hat. Ja, aber da wussten wir jetzt nicht, was es ist. Konnten sie jetzt auch noch nicht anschauen, weil das müssen wir uns erst freischalten. Also da müssen wir mal gucken. Dann müssen wir irgendwie auf Rennen Stufe 3 kommen oder irgendwie. Ja, scheinbar gibt es jetzt auch irgendwie Level oder sowas ähnliches. Keine Ahnung. Ja, es ist ein RPG, Mann. Ja, es ist ein RPG, das Ding. So ist es. Wir müssen nochmal ein bisschen Sprint skillen und dann geht es hier ab. Nee. Ja, mal gucken. Aber was es mir so ein bisschen fehlt, ich meine, heute haben wir jetzt eh Nacht. Ja. Wird wahrscheinlich eine der wenigen Aufnahmen der Nacht sein. Aber mir fehlt noch das sommerliche Wetter. Also mit jedem Tag der Regen. Gut, mit Haufenfleisch wird es ab morgen besser, man weiß es ja nicht. So ist es. Aber bei Tour eigentlich war es für mich klassisch. Immer schön schwitzen bei der Aufnahme. Ja, aber wie die Sau. Schön abkarten, bisschen lunzen. Haben wir das eigentlich schon mal erwähnt? Nein, glaube ich schon nie. Oder doch? Ich weiß nicht. Vielleicht beim 13er, da haben wir viel Blödsinn gelabert. Vielleicht erwähnt du mal, falls es noch nicht getan haben. Ja, einfach erzähle die Geschichte. Klassischerweise, also es hat sich irgendwie mit dem Elfer so ergeben, du hast in einer Dachwohnung gewohnt, im zweiten Stock. So ist es. Und wir hatten im wirklich höchsten Hochsommer, nichts Besseres zu tun, als abends dieses Spiel zu spielen, nachmittags auch teilweise schon, wo die Sonne noch richtig reingeprügelt hat. Und wer schon mal in der Dachwohnung im Sommer war, der weiß, wie verflucht heiß es da drin wird. Und wir hatten natürlich die Fenster die ganze Zeit offen. Und haben eben dieses Spiel gespielt, haben da Richtschmidt gefiebert. Wie gesagt, wir haben mit zwei Sekunden am Ende verloren. Also könnt ihr euch vorstellen, wie knapp das da die ganze Zeit zuging. Und ja, dann war gegenüber irgendwie uns in so einer Ecke, wo mehrere Häuser sind. Ja, so mehrere Reihenhäuser. Ja, genau. Und gegenüber war auch ein Fenster die ganze Zeit offen. Und wir haben die ganze Zeit irgendwelche Pfeifgeräusche gehört, ne? Ja. Und das Licht war auch noch spätabends an. Ja, vor allem, das Licht ist irgendwie nachts immer an bei dessen Nachbarn oder gegenüber dem Nachbarn. Ja, vielleicht kann da jemand nicht so gut schlafen oder so, ja, ohne Licht, keine Ahnung. Ich hab nicht den Plan. Jedenfalls haben wir dann gedacht, dass da immer jemand nach uns pfeift, weil wir so nette, gutaussehende Typen sind. Ist ja auch sehr realistisch, muss man sagen. Also ganz ehrlich, wäre nicht das erste Mal. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, haben wir da zufällig gesehen, dass da drüben auch ein Mädchen wohnt, die gar nicht mal schlecht aussah. Ja. Aber wie gesagt, ist jetzt schon ewig her, aber... Aber sie sieht immer noch gut aus. Ja, natürlich. Und, keine Ahnung, da haben wir auch immer so rübergepfiffen, haben da aber irgendwann festgestellt, dass es scheinbar gar nicht die war, sondern irgendein Papagei, der draußen... Für einen Vogel, der beim anderen Nachbarn draußen ist, also schon mal menschlich peinlich. Aber irgendwie, wir haben es dann immer Lonsen genannt. Ja, genau. Wir haben dann rübergelonsen.